hallo und herzlich willkommen zu let's play the falconeer mein name ist peter die und ich freue mich dass ihr wieder dabei seid und wir machen hier gleich direkt weiter mit kapitel eins mission nummer zwei würde ich jetzt einmal nennen und zwar geht es darum jetzt eben diese bojen zu untersuchen zu kontrollieren damit eben die händler auch zuverlässig zu allen städten bereichen in dieser map kommen ich habe mir das spiel auch inzwischen ein bisschen offscreen angeschaut denn man hat die möglichkeit tatsächlich jetzt einfach zu sagen ohne eine mission auszuwählen fliege ich los und machen abstürzen will ich nicht mache jetzt quasi einen auf open world und fliege einfach so herum was geht vogel land oder man macht das ganze über dieses kleine menü und sagt einfach ja ich nehme die mission xy an und das werden wir jetzt auch zusammen machen ich habe mir auch ein paar sachen gekauft du halt einmal die munter und zwar habe ich mich hier ein paar erlaubnisse zugelegt damit ich eben auch an anderen plätzen landen darf was sicher nicht uninteressant ist ich glaube am ende von der letzten folge habe ich das eh auch mit euch zusammen gemacht habe mir diese erlaubnisse kauft also sprich die erlaubnisse für danke und einmal da diesen zugang zur seelzauberin oder so und dann habe ich jetzt gerade eben noch kauft diese zwei erlaubnisse für castellos und salatmund vermute mal das ist das gebiet wurde die salatbäume abbauen keine ahnung und eben auch ein zeichen was mir das bringt keinen plan um ehrlich zu sein was ich sehr interessant finde ist es gibt immer stärkere waffen und das reizt mich jetzt langsam aber doch schon ordentlich nur geht sich das finanztechnisch nicht aus dass ich mir da jetzt die stärkste magnetarwaffe kauf das macht aber auch nichts ich möchte sowieso einmal spiel ein bisschen besser kennenlernen deswegen werden wir mit euch werde ich mit euch zusammen jetzt eben mission nummer zwei starten hier gibt es eben auch die kopfgeldmissionen wo ich diese annehmen kann und auch dann gleich starte aber wie gesagt wir starten jetzt erstmals wurde mission nummer zwei aus um die gegend abzusuchen und die verschwundenen navigationsbojen sie ja okay das sollte ein klack sein ist in den castellos okay sich einen mosaurier geschnappt oder jemand hat die mosaurier geplündert was ist ein mosaurier ist es ein mosasaurus hoffentlich ist es so einfach wenn ihr den übeltäter findet müsst ihr ihm eine lektion erteilen unser eigentum lassen wir uns nicht okay dann kriegt einen aus maul ich erwarte euch so bald wie möglich zurück okay das heißt folien suchen und dann nach hause fliegen gut dann gehen wir gleich an fliegen wir gleich mal in die richtung ich möchte jetzt natürlich auch schauen dass ich einfach möchte ich schauen ich sehe okay ich habe tatsächlich nur zwei von diesem magazin oder munitionspäckchen auf dem rücken ich glaube da habe ich mal eines ruiniert wie ich da zu lange im sturm war in der letzten episode das heißt das muss ich mir dann auch ersetzen aber das hatte keine eile weil ich glaube nicht dass ich so viel munition verbrauch dass ich wirklich auf alle sechs schüsse angewiesen bin dann fliegen wir halt weiter wenn du sagst hier ist nichts vorwärts neues ziel ok ein bisschen höher haben wir vielleicht ein bisschen bessere sicht ok mit der besseren sicht wird sie nichts gehe ich lieber wieder um den sturzflug und sammeln meine kondition oder vorne sehen einen felsen ich bin gespannt was da jetzt auf uns zukommt was diese boien betrifft oh eine festung ist das jetzt dieses salamons warum nicht ich habe die erlaubnis dass ich da lande aber ja wir sind binden einer mission ich kann ja nicht einfach jetzt pause machen und sagen ich lande jetzt über das essen und frage mal so ob die irgendwas gesehen haben dann fliege ich lieber selber weiter und schaue mich dumm ich finde das cool dass dass ich da tatsächlich seine magazin geschichte hinten am rücken verloren habe durch den sturm also man muss wirklich aufpassen man darf da nicht einfach so mir nichts wir nichts in den sturm reinfliegen alter schwede was schwebten da der lesen das rätselhaft ja aber ich will jetzt ein foto machen weil das schaut echt cool aus das hat schon was so ok wo willst du dass ich hinfliege ich soll wieder umdrehen hat er umdrehen ah an dem ding kann ich auch landen gut zu wissen sollte man sich merken so wir fliegen jetzt richtung südosten aufs nächste ziel zu haben wieder ein bisschen sturzflug also ein bisschen kondition dazu fliegen da über diesen bergkamm drüber und da sind bojen so nein das sind bomben ah ja genau habe ich einem tuturl gemacht bomben aufgehoben und dann auf irgendwelche gegen fallen lassen also ja nicht so ideal funktioniert hat bei meinen flug skills da drüben leuchtet was grünes sehe ich interessant das werden wir sich auch gleich anschauen wenn ich da jetzt bei der markierung ankommen bin wer ich seine kurve drücken gegner schon wieder diese verdammten piraten sie müssen die bojen gestohlen haben juhu oh ist der kratzt oder freche hund alter schwede das ist ja gar nicht so einfach weil jetzt brennt er und jetzt ist er am marsch sehr gut wo ist der andere reiser hinter mir ok oh shit oh shit was ist das was ist was war das gerade dieses meer gehört uns ich glaube da schießt irgendwas vom boden auf mich das ist mir wurscht ob das meer euch gehört mir gehört der luftraum da guck der nach so schauts aus so wir setzen das ziel am boden da unten alter schwede ah ich glaube das waren diese dinge die ich da eingesammelt habe sorry vogel tut mir leid au ok natürlich ich sollte darauf achten ob die auf mich schießen oder nicht die wände und der nächste angriff und die wände und der nächste angriff kann ich mir das schnappen und den damit abknallen oder so wäre natürlich mega cool das ding hat meine munition verändert wie man sehen kann ich habe jetzt auf der rechten seite auf einmal rote magazin kapseln und dafür schieße ich jetzt feuer die doppeltrottel habt ihr was dagegen dass wir euch euer spielzeug wegnehmen ihr habt unseren berrakutta versenkt zeit für rache ich werde dich brennen sehen ich glaube ich werde dich eher brennen sehen mein lego du brennst nämlich schon zack oh shit ah sorry vogel es tut mir so leid ich tue meinen einwandvogel so weh tack jetzt wissen wir wer unsere bojen hat aber das erklärt nicht den grund dafür vielleicht schlachten sie sie für materialien aus das wäre aber seltsam fliegen wir zurück ok ich glaube das ist was ich gerade da eingesammelt habe oder so das war das sind diese marken also die bezahlung die währung oder wie es auch immer heißt in dem spiel da oben ist der windkanal ok das waren glaube ich diese währungen die ich da eingesammelt habe und damit eben um mir damit eben upgrades zu kaufen und so aber ich finde das schon mal cool dass meine waffe jetzt feuer schießt das ist natürlich sehr geil so das haben wir natürlich nicht das anschauen können was ich mir anschauen wollte weil da irgendwo gegen das ist schon wir sind kann ich auch nicht schießen wir bringen unsere fracht an den bestimmungsort ok brav wir bringen unsere fracht an den bestimmungsort ich habe es die erlaubnis weiter zu fahren alter schweres brennen da aber ich muss gestehen es fliegt sich ganz gut es spielt sich auch ganz gut es macht schon spaß punktezahl 88 von 100 wieder ok und sie haben es auch genossen sich unser eigentum unter den nagel zu reißen eine schande 60 prozent prozentuelle genauigkeit ganz toll das ist ja wieder mal vorbildlich es wurden piraten in der nähe von maduin gesichtet ein überfall auf maduin wäre eine katastrophe das könnte unser pachtvertrag für die mine in gefahr bringen ok gut kenne mich aus gibt es neue sachen zum kaufen die ich noch nicht habe ne es passiert sich schon ok ich habe noch nicht genug kohle dass ich mir irgendwie was großartig cooles leisten kann da sehen wir es jetzt da feuergefäß sauber alles die qualitätsstufe und die anderen sind abgenutzt die sind sauber das ist interessant ok hier habe ich drinnen die muttergene für mich ist jetzt die frage was diese muttergene angeht sind das passivfähigkeiten habe ich die jetzt automatisch die ganze zeit oder die eingehende nachricht das ist etwas unklar das ist von einem schwaren okay ich habe maduin befindet sich auf dem schlund es verfügt über ein paar verteidigungsanlagen aber einem richtigen überfall können die nicht begebt euch nach maduin wir wissen nicht was euch dort also hoffen wir auf das beste also hoffen wir auf das beste abmarsch angriff auf nach maduin ich habe ein schlechtes gefühl bei der sache wir müssen uns gegenseitig gut im auge behalten genau einmal in diese richtung oder nein diese ok gut ich habe noch immer dieselbe munition wie vorher was schon mal sehr cool ist das gefällt mir enorm gut muss ich gestehen würde man sagen wir geben doch ein bisschen gas ich brauche irgendwas was einem Vogel mehr Kondition gibt weil das bisschen Kondition was ich da habe da halte ich eine Sekunde lang LB für Sprint und das war es schon wieder und ja ich kann es zwar wieder auffüllen mit einem Sturzflug das Problem ist aber nur wenn ich nach oben steige verliere ich auch Kondition und das ist halt mega mühsam deswegen muss man schauen ob man da irgendwann einmal irgendwie das upgraden kann oder so aber ich denke schon weil wenn ich meinen Vogel permanente Angst aussetzen kann dann spricht ja nichts dagegen oh shit oh shit so als erster sollte ich mich da um die Vögel kümmern bin glaube ich ein bisschen gefährlicher ich werde dein Fehler meinen Hals hängen ne glaube ich nicht so erster Vogel im Marsch äh im Matsch meine ich ah ich glaube da liegt wieder so eine Feuerboje die werde ich mir jetzt auch gleich vorhin im Vorbeifflügen so lad mich auf dankeschön okay okay bringe wir es zum Fall Dein Wunsch ist ein mir befehl. Oh, Achtung, Alter. Armer Vogel. Schieß diesen fliegenden Scheißer nieder, Kammer. Äh, nicht so... Milut. Und obszön, bitte. An ihm, alle Geschütze auf die Falconia richten. Ihr könnt's auf mich richten, was wohl... Autsch. Nicht much. Zack. Geil ist denn das? Okay, neues Ziel. Hier gibt es keinen Sieg. Das wird katastrophal für Dunkel sein. Oh no, da brennt's. Ich glaube, ich muss da landen. Oh, schlecht geflogen. Nein, ich muss in Dunkel landen. Okay, na dann... Ich bin nur zurück nach Dunkel. Autsch. Wollen muss ich die Belohnung ab für diese Mission? Was ist das? Was ist das? Okay. Mission abgeschlossen. Was? Wie? Wo? Okay, ich glaube, es sind wirklich keine Gegner mehr in der Nähe. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach nach Hause. So wie geplant. holen sich die Missionsbelohnung ab und schauen gleich, ob wir meinen Vogel ein bisschen upgraden können. Da hätte ich echt nichts dagegen. Zuerst muss ich aber jetzt mal wieder versuchen zu landen. Oder zu schaffen. Daneben. Na ja, warum ist das nicht so einfach? So, aber jetzt... Autsch. Autsch. Okay, es ist wirklich nicht so einfach. Lieber Vogel, wärst du so lieb und würdest bitte... Landen. Das haben wir endlich gemacht. Ohne euch hätten wir vielleicht... Mission erfolgreich. Alarm in Mandolin. Aber heute ist ein trauriger Tag. Punktezahl 33 von 100. Das ist aber nicht gut. Ein fliegendes Ziel, null feste Ziele. Das ist doof, weil warum zählen die Schiffe nicht, die ich zusammengeschossen habe? Was für eine Kacke. Es ist Zeit für die Abgabe des jährlichen Zehnten. Ihr werdet die Zahlung für die Pacht von Maduin direkt zum Mensa-Orden bringen. Okay. Sieht so aus, als wenn ich jetzt Transportaufgaben auch habe. Wir sehen unten erwarteter Widerstand per Harten mit zwei Totenschädel. Das ist natürlich gefährlich, glaube ich. Gibt es neue Sachen? Besitze ich schon, besitze ich schon, besitze ich schon. Okay. Ah, ich meine, es wäre schon interessant, dieses Ding zu besitzen. Aber, ähm, ich hätte gesagt, wir werden zuerst einfach mal jetzt eine normale Mission machen. Wir müssen dem Mensa-Orden ihren Anteil an Profit der Mine auszahlen. Okay. Hättet ihr den Piratenangriff nicht verhindert, wenn ich dir mal einen Zentl darin zusammenklasse, okay, ja. Oh, no. Ich vermute mal, ich muss da jetzt irgendwas tragen. Und, ähm, ah ja. Alter Schwede. Das ist aber nicht klein, das Teil. Es ist so groß wie mit einem Vogel. Ja, das wird jetzt interessant. Ah ja, typisch Open-World-Game. In jedem Open-World-Game gibt's dieses Bringe XY von A nach B. So, die Frage ist, wo muss ich da jetzt hin? Oh shit, da kommen Gegner. Wohin jetzt? Wo muss ich das abgeben? Ohlimoli. Oh, Vogel. Hier ruhig dich. Oh, irgendwas schießt da ganz, ganz graslich raus. ich nicht. Ich würde mal sagen, das ist der da. Deswegen schieße ich zurück. Auf den schieße ich auch. He he he, geh ja da. Rauchlicher hin. Da ist der nächste, da ist wieder so ein fetter. Okay, okay, okay. Schaut alles ganz gut aus. Ich hoffe, das Schiff irgendetwas zu mir. Ich habe das Ding jetzt einfach fallen lassen. Was? Borgia. Borgia. Haben wir uns jetzt einfach den Vertrag gekündigt oder was? Ich meine, ich weiß eh nicht, was für ein Vertrag es geht, um ehrlich zu sein. Aber ja, skandalös, sage ich dann mal. So, wir fliegen mal direkt nach Hause. Anscheinend gibt es hier die Möglichkeit, immer beim Abschließen einer Mission einfach da lange festzuhalten, dass man quasi gleich direkt im Anflug ist. Ich bin gespannt, ob der Winkel jetzt auch passt. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss von rechts kommen. Also von links, rechts zu fliegen. Oh, nein. Beim verfluchten Sarg. Ohne die Einnahmen aus Maduin sind wir verdammt. Lass mich jetzt allein. Ich muss meine Gedanken ordnen. Wir haben versagt, was für eine Kacke. Okay, ich habe verstanden. Die Ursee. So, kann ich mal wieder irgendwas kaufen? Das ist eher meine Frage. Ich will schon wieder Geld ausgeben. Sieht aber nicht so aus. Ich hätte gern von meinem Blitzgewehr einfach eine viel bessere Version. Warum gibt es die nicht? Komme ich da weiter nach links? Nee, komme ich nicht. Komme ich da weiter nach links? Nee, komme ich nicht. Egal. Ja, ich weiß, hör auf zum Reden. Ich würde mal sagen, ich mache hier an der Stelle jetzt wieder Schluss. Wir haben jetzt eh zwei Missionen in diesem Gebiet abgeschlossen noch. Und ja, die nächste Mission werden wir uns dann das nächste Mal zur Brust nehmen. Ich bin schon echt gespannt, wie es weitergeht, weil es schaut zwar vielleicht nach nichts Besonderem aus, aber es spielt sich cool. Es geht flüssig von der Hand. Es macht Spaß, da mit diesen Adlern herumzukreischen, zu zischen und herumzuballern. Dementsprechend am besten dranbleiben. Nächste Woche nochmal einschalten und ja, wir sehen sich dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Ciao.